Let's Play Games Kreativos mit dem Menzi, dem Darky Priest in der Season 2. So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Kreativos mit dem MMCR-Glan heute mit dabei, der Benni. Servus. Und meine Wenigkeit, der Timo. Ach, was habe ich denn hier noch drin? Ich habe ja in meiner Taskliste auch noch Scheibenhonig drin. Scheibenhonig? Oh, der, der schmeiße ich immer gleich komplett weg. Das braucht kein Mensch zum... Ne, der braucht er nicht. Ich habe hier noch Stein. Sand. Ach, Sand habe ich ja in der Kiste. Sand. Dann habe ich hier Gras. Wo ist das? Sandstein. Und Pilze. Sand und Sandstein, das ist hier. Ich habe einen in der Tasche und das ist natürlich geil. Was ist das da? Dirt. Den kann man wegschmeißen. Jetzt brauche ich noch Stein. Bedrock, du Schwellen. Ah. Stein und Stein spezial. Bedrock. Ah, und Limestone. Okay. Ich habe Verständnis. Dirt Limestone. Ja, das ist immer schwierig. Wenn das einer macht und der andere muss sich dann im Prinzip mit Gegebenheiten zurechtfinden. Aber ich denke, logischer geht es schier nicht. Weil... Pff. Ja, das kann doch ein Wutz sein. Was ein Wutz sein? Wutz sein, Wutz, Holzschild. Toll, aber gar ein Wutz sein. Was ist das? Wird doch wohl ein Wutz sein. Ja, das wird ja wohl ein Wutz sein. Wo bist denn jetzt schon wieder? Du ruckelst bei mir voll. Ja, da habe ich noch gar nichts gemacht. Eisen, Obsidian und others. Also andere was, was man so finden. Diamanten und Scheibenhonig. Crafting, okay gut, das passt. Da kommen die ganze Powder rein und Coal-Pulver, Schießpulver. Obsidian, Crafting, gecraftet. Ja, da könnt ihr ja oben oben. Nur gecraftet kommen unsere ganzen Sachen rein, die Maschinen und so. Na gut. Blumen, das sind Blumen. Haben wir eigentlich noch Pilze? Ja, rote Pilze. Blumen, Pilze und Baumschmitte schreibt man oben noch drauf. Ach halt, ich habe doch hier irgendwas brauchen wir noch von Gegnern erbeutet. Haben wir noch gar nicht. Oder machen wir das hinten rein, ja. Blumen, Pilze, Baumschmitte. Blumen, Pilze. Oh, falsch geschrieben. Huh, jetzt bin ich jetzt im Steam. Pilze, Blumen. Von Gegnern. Accept. Die erste Reihe hier vorne ist gleich von Gegnern. 0,1. Blumen, Blumen, Blumen. Was ist denn? Blumen, Blumen? Blumen, Blumen, Blumen. Gegnern. Kann doch keiner aufpassen, Mensch. Also Knochen, Kristalle, Rüster, dieses, das Auge. Oh, Obsidian hast du da drüben schon, ne? Obsidian Erz und Obsidian... Ne, 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 ich gibt's hier. Rot und Barren. Genau. Nur Erz kommt vorne hin. Ah. Dann Rot und Barren und Schlepp. Uh, das macht ja fein. So, Melted Wax. Wo hast denn du Wax hingemacht? Da hast du gerade eben Wax durch die Gegend geschleppte Schwelle. Wax und Stronchef. Others. Die anderen, die ihr seid, wie die anderen, die anderen, wie wir. Bitte? Ja, ja. Also ich habe hier unten unter dem Wax, habe ich die zweite Truhe unten bearbeitetes Wax genannt. Da kann man ja Melted und sowas reinmachen. Oh, da muss man das Melted auch vorbereiten, oder? Ich hab Melted Wax. Achso, ne, Melted Wax ist ja... Ja, bearbeitetes Wax. Ja, genau. Love of God. Ist ja alles dann im Prinzip das Gleiche. Ja, das ist egal. Wax und Melted Wax. Ja, ja, Wax, Wax. Aber mit der Haufen Fackeln hier oben muss ich ja sagen, hier drin dürft schon lange kein Sauerstoff mehr sein. Ja, irgendwie die Fackeln gehen raus und wir fliegen um. Ja. Sollen wir mal, oder? Muss man da mal das Ding töten da drunter, ne? Trinkt das Schwarz? Oh, schön. Was kaputt? Was kaputt? Nee, es kann. Höh! Hat er mich getroffen, ey. Hat er dich getroffen, ne? Oh, es rät sich, es rät sich. Jum, halt in den Kisten. Ist nur mal blöd denn so... Ja, stirbt er jetzt, oder was? Ja, wir müssen gegenseitig drauf fahren und trifft das nicht. Ah, cool. Zwei Rocks, da Rocks. Ja, da hat der Lila ein bisschen Licht rein. Ja, aber das bringt noch nix. Wax, ich will das so, dass das praktisch rüber geht und praktisch alles, äh, die Gegner dann tot machen können. Da hab ich in den Spiegel... Oh, war traurig dunkel. Mehr, oder? Weißt du, du musst hier alles abgraben, damit du praktisch hier Sonnenlicht reinfällt. Oh, das ist arg hoch. Ja, guck doch mal. Ja, wenn du jetzt mal drunter stehen bleibst, dann kann ich von oben dagegen machen, ne? Ja, ich würde das jetzt mal nicht machen, dann sollen wir mal runter gehen in die... Ja, gehen wir mal runter. Dann machen wir dir die Tür zu... Ja, ich krieg die Tür nicht zu. Hallo, ich fliege da unten. Oh, die Katakomben. Katakomben? Oh... Hallo. Wo müssen wir hin, rechts, links, oben, unten? Ach die geradeauschen weg, oder was? Ne, geradeauschen, noch wer war da. Wo denn? Böse Gegner hinten. Böse Gegner. Ach, da hinten drin. Da hinten drin. Da gibt es die böse große Höhle da unten. Ach, da kommen ja Schweine! Schweinewälderl! Boah, er springt voll gegen die Scheibe. Wir schlagen die Scheibe ein, die Schweine. Und auch die Tür behauen. Nee, geht nicht. Geht, drehen voll ab. Ah, hier hinten ist auch ein Gegner, oder? Auch ein Gegner. Und da hat die große Höhle. Ja, die können wir machen, ja. Diese Extraktoren. Wo sind die oben? Oben sind sie in dem gecrafteten... Ach, Stalaktit. Hätte man eigentlich den Dings mitnehmen sollen. Obsidian-Handschuh? Braucht man auch Stalaktitzen? Ich kann die nicht nehmen, ich habe nur einen Steinhandschuh. Ich habe auch einen Steinhandschuh. Aber brauchen wir die Stalaktitzen, oder brauchen wir einfach mal Obsidian und Iron? Ja, aber... Bust du die Dinger einschauen? Ich hole kurz die Extraktoren. Handschuh brauchen wir nicht, oder? Ne, ne, ne. Machen wir ohne Stalaktit. Stalaktit ist noch etwas hier. Fünf Stück haben wir das noch. Warst du jetzt schon oben oder was? Wie bist denn du da so schnell hochgekommen? Ich bin geflogen. Mit meinem Muppet. Mit meinem Muppet. Ich guck grad mal. Stone Slap und Obsidian brauchen wir für Extraktoren. Ach du bist hinter mir. Ich hab grad gedacht das ist ein Monster. Sollen wir noch ein Baron oder ein Weichen mal fünf? Ja, ich guck mal was wir hier überhaupt noch finden. Sonst müssen wir mal Abzweige bauen. Weißt du, wollen wir tiefer gehen? Wir brauchen auf jeden Fall... Ach so, ich komm jetzt gar nicht mehr tiefer. Ja, unten ist ja alles Stalakzid oder was. Doch hier kommt man ganz tief. Komm an. Hier ist ja schön tief. Jetzt Monster und jetzt ganz tief. Noch viel viel tiefer. Oder mal eine Dix bauen. Und einen Weg nach unten. Wow, was ist das alles da unten? Stalaktid, jede Menge Stalaktiten. Und blaue Pilze. Ja, komm jetzt auch runter. Und hochgelaufen. Sollen wir den mal fertig machen? Ja, den machen wir jetzt mal ganz tief. Erstmal kann man den hier oben machen. Oh ne, ich hab dich getroffen. Ich treff dich. Ja dann, ich machen oder mach du ihn. Ne, ich treff den gar nicht. Wir treffen ihn so gegenseitig. Springen wir runter und machen ihn weg. Du hast mich getroffen, oder? Du hast mich getroffen. Doch, ich treff ihn doch. Ach, triffst du ihn ja. Gut, dann machen wir ihn. Ich hab den nicht getroffen. Weil das ist auf jeden Fall meine Ansage hier. Die Höhle. Schon mega groß. Haschen oder was? Ja. Gut. Wow, guck dir das mal an, wo die hingeht. Ah, da hast du viele Gegner hier unten, sehe ich da. Aber hier kannst du nichts abbauen. Mold, was ist ein Mold? Das sind die Minen von Moldor, kennst du die, ne? Mold, was ist ein Mold? Oh, ah, Würmer, pass auf hier. Böse Würmer. Oh, der spuckt gleich nach mir. Ja. Aber die Würmer, da kommen diese Zähne. Genau, die ganz, ganz wichtigen Teile eigentlich. Du warst da oben. Macht Sinn, weil ich komm ja gar nicht mehr hoch. Warte mal. Mach mal. Wir haben ja keine Treppe nach oben. Dann bau dich doch. Ah ne, oder? Du kannst dich doch hochbeamen. Ja, hochbeamen kann ich schon. Aber ich meine, Achtung, Würmer. Nichts zu nah. Zalaktiten. Oh, jetzt habe ich keine Fackeln mehr. Oh, Monster hinter uns. Da hinten. Hinter dem Balken steht so ein Vielauge. Ja, ich meine. Jetzt habe ich wohnt. Wissen kommen wir da. Willst du ihn fertig machen? Ja, ja. Machen wir fertig. Wie lange noch da? Genau, weil wenn der nämlich da gefangen ist, ist das gar nicht schlecht. Ja, ja. Macht das Sinn. Ist die Frage wild. Ach, wenn wir hier unten ein Ding setzen, ist dämlich, gell. Oh, mein Stoneschwert macht gleich nicht mehr mit. Das blinkt schon. Ah, du hast ihn. Jetzt gehen wir hier noch ein bisschen gucken, was wir überhaupt haben. Da oben geht es weiter. Also, wenn Obst du die hier anbinden, bauen wir gleich ab. Wow. Da ist noch mal ein Wurm da hinten. Noch mal ein Wurm, ja. Also, Würmer sind genug da, aber leider kann man die nicht so einfach töten ohne... Ich sehe jetzt nicht wirklich, da oben ist Eisen. Wo? Hier oben an der Decke. Wer kämpft hier? Weiß nicht. Weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wo das überall ist, hä? Ah, unter uns. Ja. Macht das. Ich sehe dich nicht. Ja, ich komme aber nicht hin. Kommst du hin? Hm. Hä, wieso kann ich jetzt nirgends hoch? Ah, ich habe C gedrückt. Verdammte Kerle. Ja klar, ich komme immer hin. Warum komme ich immer hin? Das weiß ich nicht. Bist du längere Arme oder was stimmt mit dir nicht? Ich bin sicher. Mein Stopp macht bald nicht mehr mit. Was ist matt? Äh, Schlamm oder was? M-O-L-D oder? Nee, M-U-D. 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 M-U-D ist Schlamm. Was? Hast du den jetzt oder was? Natürlich ist er schon lang tot. Wie gehst du ab? Kannst du das sammeln und... Ja, mein Schwerb ist aber bald weg. Habe ich so viele Gegner getötet? Ah, hier vorne ist die zusammenhängende Höhle. Hier waren wir schon. Hier gibt es Salzstein. Wir brauchen dringend Obsidian. Weil das brauchst du für Handschuhe und Större und so. Ich höre was Böses. Ach! Oh! Pass auf, wo ist denn ganz gefährlich? Oh! Oh! Ja! Aber er müsste halbtot sein, Benny! Hä? Bin ich denn? Ach, ich meine... Boah, das hört man bis hier oben kreischen. Oh! Falsche Taste gedrückt! Hast du angegriffen? Ja, ich werde angegriffen. Wow! Boah, das hörst bis hier hin, ne? Ich bin gleich da. Weil eigentlich ist es ja wurscht, weißt? Wir müssen die ja sowieso so oder so irgendwann tot kriegen. Ich habe ihn und zwei Zähne sind rausgekommen und so. Oh! So, jetzt ist mein Schwerb, aber wirklich gleich. Boah, bin ich ein Depp! Hätte ich jetzt nicht unbedingt das Ding mitbringen können, gell? Mein Handschuh. Hm? Weil eigentlich lohnt es sich, glaube ich, hier unten. Also Erz haben wir auf jeden Fall einmal hier oben. Und die Fackeln hätte ich vielleicht auch schon craften können. Wo ist denn mein... Wo ist denn mein... Wo ist denn mein Sack, du Schwein? Der soll mal Dings hinbauen. Abbauen. Wenn du sagst, du hast irgendwo Erz da oben, ist auch Erz, oder? Das ist nicht so. Sieht aus wie Erz, ne? Oh, hier geht's noch mal weiter runter. Wo denn? Wo bist denn du? Iron Note. Ich habe Iron Note. Ich brauche mal Iron Note. Ja, hier oben die eine an der Decke, die habe ich gesehen. Ja, wo ich jetzt bin, oder? Ja, genau. Wie geht's denn ab hier? Ne, da waren wir schon hier unten. Das ist so eine runde Höhle. Ja, da unten ist eine Fackel von mir. Früher. Wie lange dauert es? 5 Minuten. Dass man die halt nachher nicht verlieren. Irgendwie hätte man hier was aufbauen können. Mhm. Ich weiß halt jetzt nicht, für was man diesen... Ich weiß jetzt halt nicht, für was den anderen Scheiß alles braucht. Ich weiß dieses... Stalactiten, ja. Ja, Stalactiten, weiß nicht, ob man das braucht. Ja. Keine Ahnung. Du brauchst dann irgendwelche Wände zu machen, speziell irgendwie. Und was höre ich hier denn die ganze Zeit so monstermäßig? Ja, da sind die Mürbacher hinten. Aber zwei sind halt gefährlich, gell. Bis bald, wenn man es merkt, wo das Ding da oben hängt, muss man es nachher nicht mehr finden. Ja, das ist eine rundgehende Höhle. Da kannst du ja eigentlich nicht mehr laufen. Ja, ja. Aber hier ist ein Monster, das rumläuft. Hier sind zwei Blume. Hinter der Wand. Hinter der Wand höre ich voll jetzt ein Monster, du nicht? Irgendwas höre ich die Blume. Da hat sich das nur ausgehoben gelaufen. Boah! Was ist denn das hier? Obsidian Thrasher Chess? Was ist denn das hier? Obsidian Thrasher Chess? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Eine Schatz-Truhe dabei? Ja, meine Obsidian. Wo bist du denn da? Da ist ein Extraktor und zwei Fackeln drin. Boah! Ja, nimm mal raus. Soll ich nehmen? Ach, zwei Fackeln. Da kann ich wenigstens hier hinten Fackeln hin machen. Das sieht man ja auch. Normaler Extraktor ist auch drin gewesen. Ah, hier ist unser Abgebot. Okay, passt. Schön. Dann machen wir ja gleich mal Licht, dann wissen wir nicht was ist. Höh. Voll dein Ding gemeiert. Ja, das ist ja wohl fremdlich. Ach du Schein. Können wir diese Würmer töten? Würmer braucht man eigentlich. Aber mein Start ist wirklich gleich tot. Ich hab vielleicht noch vier oder drei Millimeter noch. Dann ist es schwer weg. Mal anfangen mit Wurm töten, oder? Aber das Problem ist, da komm ich halt jetzt nicht mehr raus. Weil wir müssen auf jeden Fall die grünen Pilze brauchen wir auf jeden Fall. Wir möchten mal so einen Bogen, oder? Dann kannst du hier gemütlich mit Fernwaffe das Ding abschießen, weil das ist getroffen. Sollen wir reingehen und beide gleichzeitig draufschlagen? Wir können uns ja nicht alle töten. Einer links und einer rechts. Ach so, wenn du uns aber trotzdem beide trifft? Soll ich mal reingehen und gucken? Oh, ne Böse. Also los geht's, yeah baby. Boah, der zweite schießt auf mich. Komm zurück, also der erste trifft sich bald wieder. Oh mein Schlaf ist kaputt. Der erste ist kaputt. Ja, der erste ist kaputt. Ja, jetzt komm ich gleich runter. Wir sollten vielleicht mal solche... Ich hab da so einen Holzschwirt. Ich hab auch Holzschwirt. Ne, ich mein so einen Stock mit einem Blatt dran. Ja, ich könnte halt nix geben da unten. Ach so, stimmt. Schweine. Müssen wir doch mal ein bisschen besser. Wir müssen das kräften, weil ich glaube mit so einem Stöckchen wollte ich da nicht anfangen zu kommen, oder? Ne, nicht wirklich, aber ich bin schon wieder unten. Ja, okay. Ja, da kann ich dir jetzt nicht helfen. Also, ich muss ja auf mich lenken. Also, es braucht Hilfe. Ja, doch. Vielleicht geht was. Oh, getroffen worden. Und warum tut der mich? Ich bin lieber noch. Ich bin defile, ich bin gar nicht da. Das hat halt kein Ding gemacht. Haben! Nein! Drei Zähne, du Schweine. Aber hier hinter dieser Wand höre ich doch voll die Monster. Erst auf 100% geht es da weiter in der Höne. Ich muss doch mal diese Bomben ausprobieren. Ja, doch Bomben und Zeug. Das stimmt eigentlich. So minenmäßig. Ach, wo ist denn eigentlich meine... Was hast du's denn? Ich habe mit meinem Ding irgendwo eine Höhle versteckt. Mein... Mein... Mein Beamer. In einer anderen Höhle. Ich will gerade mal gucken. Gibt es da vielleicht Obsidianer? Ist eine andere? Wo waren wir denn? Jetzt ist mal irgendwo außerhalb. Ganz weit weg. 16 Sekunden noch. Ich hole dann gleich das Erz und dann gehen wir euch wieder. Es gibt zwar Obsidianen, aber wir gucken die bei uns unten. Naja. Dann tu ich mal mein Ding weg. Ach, willst du hier runter machen, dass der schneller unten wischt oder? Ja, dann kann man nicht da hin und her. Ach, da drüber ist noch mal... noch mal Iron. Ja, ich setze jetzt unten. Aber ich habe den zweiten Extraktor auch glatt gesetzt. Da ist eins über dem anderen gewesen. Das ist der kleine Extraktor, ne? Ja, ja. Ich muss mal gucken, was brauche ich denn? Ein Steinschwert, was brauche ich denn? Ein Steinschwert? Ja, mach später zwei oder drei, weil ich glaube ich muss jetzt... Jones, Wein, Woodrock und Klein. Die Death-Statue gehört dir, gell? Die, die... Ja, das ist die einig, dass mir, wo der bei dem oben lag. Ich würde aber fast sagen, ich komme mal eben hoch und hole mit den anderen Anschuhen, dass wir vielleicht mal graben können, vielleicht finden wir noch irgendwas. Weil wenigstens die Pilze wollte ich mitnehmen hier. Ja. Aber ich kann doch eben zu mir teleportieren. Und vielleicht ein Steinschwert, weil ich habe jetzt auch noch drei Millimeter. Zosch, hat's gemacht. Zosch. Wir haben gar keine Swines, ne? Fällt mir auf, bestimmt. Doch, Wines sind Swines. Ach, Swines haben wir keine, ne? Swines haben wir keine. Dann kann ich ja kein Steinschwert mehr haben. Ich, ich habe einen einzigen. Ein, ein Sinne. Ah, ein Holzschwert. Leder. Bei uns ein Crackwood. Halbenrohr. Haben wir Leder? Wo ist ein Leder? Leder bei Tieren oben drin, hier. Von Gegnern. Ganz außen. Ah, da ist ein. Ach so. Ach so. Wo ist der? Dann mache ich halt ein Holzschwert. Besser wie nichts. Ja. Ja, ja. Ach halt, ich will ja mal einen anderen Handschuh mitnehmen. Wie sind nämlich da die elendigen Tiere? Bones und Crackwood. Haben wir Bones und Crackwood? Bones? Bones? Bones und Suppengrün. Bones haben wir und Crackwood. Oh, Crack das Wood. Crackwood, ja. Soll ich ein paar machen? Holz? Ja, ja. Das dauert halt ewig, bis du da mal was gebacken kriegst. Ja, aber Stein ist ja auch blöd. Daher brauchen wir halt die Gänsen, äh, Seins und Seins haben wir ja keine. Nein, dann müssen wir mal mehr, vielleicht in der nächsten Aufgabe mal mehr Gegner schlachten gehen. Ja, wo kommen die raus? Grüne? Keine Ahnung, ich meine grüne. Ja, wie viel soll ich machen? Wieviel? Wievier Stück mal. Ja, ja, mach mal. Dann such ich zwei Stück bei dir Waffen rein. Eins bei mir und eins bei mir. Ja, genau. Ich habe noch ein halbes, habe ich noch in der da schon. Oh, ein ganzes hast du ja schon drin. Ach, ich habe auch schon ein ganzes drin. Ja, also hast du drei drin. Ja, ja. Also ich mache auf jeden Fall mal die ganzen blauen Pilze weg. Hast du Obsidianhandschuhe genommen? Ja, ja. Ich glaube, nehme ich jetzt auch einen mit auf jeden Fall. Dann kann ich Stein normal machen und den Rest mit dem Obsidian machen. Heißt, es bringt ja nichts, wenn du hier unten nichts abbauen kannst. Ja, das muss ich noch bei euch nicht hier unten sein. Richtig. Manchmal sind das voll die Adern, hä? Du gräbst einen weg, sind drunter noch fünf andere. Und jetzt muss ich hier gucken, dass ich meine Romme wieder kriege. Ja. Das ist doch bestimmt schön. Sag mal bitte. Also ich war komplett leer. Soll ich hier unten mein Dings machen? Ich höre gerade irgendwas quietschen. Komm, hier gerade ein Monster? Mein Teleporter. Mein Teleporter ist jetzt nicht unten. Apropos Teleporter, wo ist denn jetzt eigentlich unser... Ach, da oben. Ach, der ist ja schon fertig. Ne, da ist noch gar nicht fertig. Fünf Minuten hat er gebraucht, das ist noch länger. Jetzt 5,36 ist es jetzt. Ach so, der zweite meint schon. Ja, ja, ja. Den anderen hast du schon abgebaut, ja? Den habe ich schon. Stimmt, das hätte ich vielleicht auch oben liegen lassen können, das obere Erz. Ist das halt echt die Frage? Sagen wir aus der Höhle jetzt mal bis runter bis zum Dingsgraben, zum... Ja, war auch so ganz hinten drin schon. Ja, ja. Ich glaube, ich habe jetzt alles abgebaut, soweit von... Ja, dann gucken wir mal. In der Städte Hessen gern. Vielleicht da, wo wir reinkommen, bei der Runde. Ja, dass man nicht durch die Winterwürmer es war und dass man nicht nur... Ja, genau. Also hier kommen wir, glaube ich, raus. Ja, da oben. Ja, da oben. Ja, oder? Ja, das noch. Ja, da oben. Ja, oder? Ja, das noch. Ja, oder? Ja, so weiter. Ein Spur hier oder zwei Spur hier? Ach so, wie du jetzt bist du runter. Ja, weil du musst ja immer zwei hoch, zwei... Ja, dass du hoch rennen kannst, ne? Ja, willst du das machen, soll ich da mithelfen? Ist immer das dann im Weg, ne? Egal, wir machen halt ein bisschen. Ja, dann mache ich die linke Spur, du machst die rechte. Ach so, jetzt haben wir gar keine Lampen mit, ne? Du hast doch noch eine Wehre drin gehabt, oder? Ja, nein, nein, nein. Jetzt wird es gleich sehr bärenarschmäßig dunkel. Boah, kommt doch eine Hölle oder was? Hey, wie viel tiefer geht das noch, oder? Ja? Und endlich reiten. Ja, irgendwann muss ja Lava. Was, wie? Hm, bin ich falsch. Kann ich immer falsch gemacht. Bin ich auf den Takt gekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ein zu viel... Was? Keine Ahnung. So. Achtung. Achter, ach. Achter, ist ja zwei hoch! Hier sind's zwei. Wir sind zwei Absätze. Da sind wir auch immer noch. Das ist doch scheißegal. Hörst du das? Ich hab ne Melodie... Melodie zu Melonen. So, machen wir so. Hey, was ist denn das für eine Melodie? Das klingt wie so eine Katze, die schnurrt. Oh, Lava! Lava gefunden. Gehärtete Lava. Kann man die abholen? Kann ich nie abholen. Erweiterte Power Cell. Mach keinen. Schreit da einer um Hilfe? Ich glaube, das ist so wie ein Tier, das schnurrt. Mach gedacht. Bin nach unten gefallen. Jetzt würde ich sagen, wir gehen mal gescheitend hoch und holen uns Ding und holen uns Treppen. Das ist mir hier mal gescheit. Ich glaube, wir müssen noch eins höher abbauen und schnacken uns da unten der Kopf an. Das klingt voll strange. Ich glaube, wir sollten schnell da unten rauskommen, wenn wir da unten so ein Quietsche-Teil finden, weil ich habe irgendwie Angst, wenn etwas sinkt. Ja, aber da braucht man schon wieder einen neuen Handschuh. Ja, ja, den Improved, den erweiterten. Hier kommen wir gut hoch, aber irgendwo ist noch ein blödes Ding drin, ne? Ja, das ist deine Doppelstufe. Nein, nein, die habe ich weg gemacht. So, oben die zwei haben wir nicht. So, und jetzt können wir geradeaus runtergucken. Okay, sobald. Ingeos Rock. Ich habe nur einen Stein gefunden. Ingeos Rock. Kannst du die abbauen oder kannst du die nicht? Ne, kann ich nicht. Auch wie auch diese Advanced. Achso, vielleicht kann man es wohl an den Extractor. Das klingt aber nicht immer, wenn man das Extractor dafür benutzt, finde ich auch nicht. Ist dein Ding jetzt eigentlich schon fertig? Ich höre noch klimpern. Ja, ganz viele Monster-Klimpern. Schweine hinten, oder was? Also, ich würde sagen, wir gehen mal hoch, richten alles, also auch Fackeln und sowas, dass wir hier unten mal weitermachen können. Weil dann würde ich mal gerne probieren, wie das sollten ist da, oder? Ja, ja. Äh, sollen wir uns vielleicht ein paar Zaubertränke mixen? Äh, ich habe nicht Zaubertränke, ne? Wie heißt denn? Ja, die Potions. Genau. Dass wir uns Leben mal holen können und nicht immer was, ne? Oh, nur 30 Sekunden, dann ist der Extractor. Ja, dann will ich für den Wappen nicht bauen. Ich habe noch vier Geboot. Ach so. Aber dafür braucht man Obsidian, um das zu... ...zu bauen. Alles rein, was keine Miete zahlt. Alles rein, was keine Miete zahlt. Ja. So, fertig. Hä? Wo geht es denn zu uns nach Hause? Ach da. Nach Hause teleportieren? Ja. Soll ich unten einen Teleporter setzen? Unten noch einen Teleporter? Könnt man machen, ne? Du fährst direkt vor dem Eingang Treppen runter. Ah, ich habe jetzt ein bisschen bessere Stufen hier runter gemacht, da geht es ein bisschen schneller, weißt du? Ja, ja, wie fest. Es ist halt wirklich so, jetzt bricht man ja eigentlich ein paar Treppen, dass man ja schnell raus und reinkommt, weil das ja geüpflich geht. Wir können hier hochdienen, brauchst du gar nicht laufen. Stimmt, stimmt auch wieder. Weil du kannst ja kurz mal auf dein drücken, deiner ist hoch, meiner ist unten. Ja, um drei Sekunden bin ich ja... Dann müssen wir den ganzen Weg nicht hoch und runter laufen, ja. So, guck mal, dann sind wir da. So, jetzt muss ich mal Fackeln craften. Du kannst dir eigentlich auch alles zumachen, kannst du die runter beamen und... So, genau, alle Türen zu, alles zu. Ja, du brauchst auch gar keine Laufwege. Du Mauern. Eigentlich könnte man zwar einen Teleporter craften, dann ist das dauerhaft, aber ich weiß nicht, ob wir da dauerhaft runter wollen. Äh, Roherze, jetzt muss ich erstmal Roherze. Eisen. Haben wir mal sechs Stücke. So, Obsidian haben wir ja keinen gefunden, aber jetzt brauche ich... Ach so. Iron Mining Cell brauchen wir Iron Slap, die blauen Pilze, Iron Barren und Magnet. Magnetit, haben wir doch alles. Aber zehn Stück. Ja, zehn Stück brauchst du pro... Zehn Iron Bars brauchst du. Ja, sind 20 Iron Bars. Wie viele Iron haben wir denn noch? Ich glaube, so viel Iron haben wir noch nicht, oder? Und Iron Slap brauchst du auch noch vier, also acht Stück. Also brauchst du... Ich habe zwei... Obsidian... Ach, Obsidian. Irons Erz haben wir gar nichts mehr. Und Iron Barren 30 Stück. Und hier haben wir neun Erze, also können wir nochmal neun Barren machen. Dann machen wir noch aus dem Erz Barren und aus dem Barren Slaps. Also nochmal zu gucken, dass wir zwei Stück haben. Brauchen wir davon 20 Barren und 8 Slaps. Ah, ich guck mal kurz nach Moos und Crackwood. Nee. Also Kohle. Kann ich auf jeden Fall mal... Moos? Haben wir Moos? Haben wir Moos noch? Moos. 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 Moos ist gar nichts los. Weiß gar nicht Stein. Sandstein. Steinspitzen. Aus diesem... Turmaline... Kann man diese... Blauen Gestalle machen. Echt jetzt? In groß... Ja, wo brauchen wir die blauen Gestalle? Diese lange... Diese größte Schad. Ach die Dinger. Ein Turmaline haben wir. Ja, ich habe auch gerade eins drin. Die kommen aus den Würmern oder irgendwo raus. Oder auf den Gegner. Aber die Crystal Shard kommt auch. Oder die brauchen wir gerade nicht mehr. Noch nicht. Es ist manchmal ganz gut, wenn du so viel Zeugs im Inventar hast und mal was reinguckst, was du alles craften kannst. Interact with me. Ich glaube ich habe keinen... Boah, aber du kannst ja Infused Crystal draus machen. Ja, aber man muss doch eine ganz normale Fackel craften können. Fackel, du Schwein. Wieso kann ich nur eine Moos Torch und da brauche ich einen Moos dazu? Jetzt muss ich in den Wald gehen und Moos suchen oder was? Ja, du kannst ja normale Fackeln machen. Ja, wie denn? Ich finde die hier nicht. Ich habe die hier nicht. Normale Fackeln? Ja, Holz. Holz Fackeln. Geht aber nicht. Gibt es nicht. Du brauchst Kohle und... Ja, hast Kohle. Ja, Hammer. Wo denn? Da sind die Crafted oder Crafting-Ding da oben drin. Oh, dann haben wir nach Kohle. Wo ist Powder? Das ist ja Kohle. Ah, ja. Vier Stück. Toll. Das ganze vier Fackeln. Ja, Moos. Moos ist draußen. Mooswerk. Moos. Moos haben wir da auch noch. Dieses weiße Zeug. Ah, das ist bei Wood drin. Moos ist bei Wood. Hab ich gesehen, ne? Wo ist Wood? Holz. Eschen sieht genauso aus, ne? Nein, da müssen wir Moos. Ah, ich habe mal hier 50 Stufen. Die kann ich mal mitnehmen. So, siehste. Aber draußen ist hell. Soll man vielleicht rausgehen und ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob man denn jetzt sowieso erstmal eine kurze Pause machen sollen. Achso. Weil ich glaube, wir sind schon wieder... Wollen wir machen. Ich würde einfach sagen, bye bye. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Creatives. Mit dem M.C. Erklagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüßn. Tschüß. Tschüß. Tschüß.